Marlon Borchers hat ein neues Video über Robert Habeck und den Vorfall auf der Pferde gemacht. Und einiges scheint nicht ganz so gewesen zu sein, wie uns einige Mainstream-Medien und grüne Propagandisten weismachen wollen. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde der Bauernproteste, liebe Freunde von Habeck und den Grünen. Worauf spielt er an? Was meint er? Dieses Video hat er wenige Tage, nachdem er auf einer Fähre angeblich fast überfallen wurde oder ähnliches, verbreitet. Das war im Vorfeld der Bauernproteste, die ja in dieser Woche begonnen haben. Wir werden sehen, wie lange sie noch weitergehen. Aber das ist ganz spannend. Er redet hier davon, dass vormals Unlegitimes, jetzt einfach sinnhaft gesprochen, auf einmal legitim erscheint. Und der Schluss liegt doch nahe, dass er damit diese angebliche Erstürmung der Fähre meint. Aber wisst ihr, was ganz interessant ist? Und zwar die Öffentlich-Rechtlichen, also die, die ja gar nicht im Verdacht stehen würden, irgendwie etwas mit Schwurbelei, mit Rechtsein oder irgendwas anderes zu tun zu haben, genauer gesagt der NDR, die haben jetzt nämlich etwas ganz Interessantes veröffentlicht. Und zwar gibt es gar keine Hinweise, dass überhaupt diese Fähre gestürmt werden sollte. Und in dem Moment haben einige, bei weitem nicht alle, sondern ich kann keine Zahlen nennen, fünf bis zehn Leute vielleicht, die Polizeisperre durchbrochen und sind die Brücke hochgelaufen. Was sie genau wollten, kann ich natürlich nicht sagen. Malte Masso bestreitet, dass das Schiff gestürmt werden sollte. Den Landwirten sei es nur im Protest gegen die Politik von Robert Habeck gegangen. Wenn da viele Menschen auf einmal ohne, also mit vollem Körperkontakt ist, dass da irgendwo Schub reinkommt, das ist definitiv klar. Aber definitiv kann ich sagen, dass von unseren Landwirten keiner in irgendeiner Weise überhaupt angefasst hätte. Auch Landwirt Torben Jakobsen war dabei. Er beklagt, dass Berichte über einen angeblichen Erstürmungsversuch nur auf wenigen Handy-Videos basierten. Was man aber nicht sieht, dass nachher wirklich Polizei und diese Leute, die auf der Rampe waren, sich nachher wieder die Hand gegeben haben und ganz normal miteinander gesprochen haben. Also es waren keine Radikalen oder sonstiges, sondern es waren ganz normale Leute. Und die haben sich entschuldigt bei der Polizei und auch die Polizei redet ja nicht von Gewalt. Die Polizei bestätigt auf NDR-Anfrage, dass es keinen Versuch gab, das Schiff zu entern. Auch keine Gewalt gegen Beamte. Vielen Bauern tue die... Das ist ja noch krasser, als das, was ich bisher gehört hatte. Also es gab nicht mal den Versuch, die Fähre zu stürmen. Also bisher hieß es ja, es gab einen Versuch, aber sie hat abgelegt. Also so schlimm, wie es freut mich darzustellen, war es nicht. Aber offensichtlich gab es ja nicht mal den Versuch, die Fähre zu stürmen. Die Grenzüberschreitung trotzdem leid. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Unbekannt wegen Nötigung und Landfriedensbruch. Und ich habe ja vor einigen Tagen bereits ein Video veröffentlicht, in dem ich gezeigt habe, beziehungsweise gesagt habe, dass es Videos auf der Plattform X gab, die aus der vordersten Reihe stammten. Ja, was ganz interessant ist, ich wollte euch nämlich eigentlich was zeigen. Ich habe nämlich heute ein Video gesehen, Dieses Video lässt die ganze Situation in einem ganz anderen Licht erscheinen. Demnach sind die Leute erst Richtung Fähre gestürmt, als diese abgelegt hat. Es gab nämlich ein Video auf X, wo man aus der vordersten Reihe gesehen hat, dass es eigentlich so lange kein Problem gab, bis die Fähre zurückgefahren ist. Und erst dann sind die Leute in die Richtung gestürmt. Jetzt habe ich eben gerade gesehen, als ich das nämlich mir mal ansehen wollte. Hm. Ihr seht es jetzt gerade nicht. Der Account ist nicht mehr verfügbar. Aber dieser Post unter dem Tagesschau-Beitrag, der ist nicht da. Der ist nicht mehr da. Und der ganze Account ist nicht mehr da. Wisst ihr was, das können wir uns nämlich einmal tatsächlich... So. Aha. This Account doesn't exist. Ja, entweder der Nutzer hat diesen Account noch schnell gelöscht, oder er wurde gesperrt. Der Account existiert nicht mehr. Und das war kein kleiner Account. Das war kein kleiner Account, den ich da gesehen habe. Interessant, interessant. Da wird also am herrschenden Narrativ hier ein bisschen Kritik geübt. Gezeigt, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie es medial gezeigt wurde. Meinungsfreiheit auf Twitter unter Elon Musk. Also, sollte man vielleicht mal erwähnen, dass Twitter auch nach wie vor relativ willkürlich darüber befinden kann, wer gelöscht wird und wer nicht. Und dass auch Elon Musk da vielleicht für etwas mehr Meinungsfreiheit gesorgt hat, aber die immer noch eingeschränkt wird. Auf einmal ist der Account weg. Und die haben bereits gezeigt, dass das Ganze, wie es medial aufgearbeitet wurde und verbreitet wurde, na, seien wir mal vorsichtig, vielleicht ein bisschen ausgeschmückt, aufgebauscht wurde. Jedenfalls war es so, dass die Leute erst Richtung Fähre gegangen sind, als es schon so war, dass die Fähre im Ablegen begriffen war. Aber was noch viel spannender ist, ist die Tatsache, wie reagiert wurde. Das ganze Video oder diese ganzen Videos sind ja erst kurz veröffentlicht worden und alle, alle wussten direkt, was passiert ist. Also diejenigen, die sonst immer von Fact-Checking und was weiß ich sprechen, die wussten sofort, die wussten mit ihrem moralischen Finger natürlich sofort, was geschah. Also wurden die Tweets geschrieben, wurden die Artikel veröffentlicht, wurden die Beiträge in Tagesschau und Co. rausgehauen. Und nun wenige Tage später stellt sich heraus, das war ein bisschen anders. Ja, wenn man gegen Protestierende hetzen kann, dann ist Fact-Checking plötzlich nicht mehr so wichtig. Das war ja auch schon bei den Friedensdemos so, als man versucht hat, sie zu diskreditieren, nur in Corona-Demos oder jeder Demo gegen die Regierung. Also Fact-Checking, das ist immer nur wichtig, wenn die Opposition irgendwas behauptet, aber nicht, wenn die Regierung was macht. Aber wird das jetzt groß wieder aufgearbeitet? Wahrscheinlich nicht. Denn wir sehen, dass das Establishment hier handelt, wie es doch allzu gerne handelt. Und zwar Teile und Herrsche. Ja, ganz einfach. Wir haben es in den vergangenen Krisen immer wieder gesehen, dass wenn sich eine Situation anbahnt, die für das Establishment gefährlich werden könnte, dass es sich dann dazu entschieden hat, die protestierende Gruppe zu spalten. Beispielgefällig, Occupy Wall Street. Man hat Occupy Wall Street damals linksextrem und antisemitisch geframed. Warum? Weil das gepasst hat. Das hat gut funktioniert. Man hat diese Gruppe dieses Label aufgedrückt, damit sich andere Leute sagen, nee, zu denen gehe ich nicht hin, denn das sind ja Extremisten. Da würde ich am Ende vielleicht Nachteile von erfahren. Wir haben es während Corona das Gleiche gesehen. Wir haben eine ganz heterogene, also eine ganz vielfältige Gruppe an Menschen auf den Straßen gehabt, die mit den Maßnahmen nicht zufrieden waren. Auch da, man hat es direkt als Schwurbelei, wissenschaftsfeindlich. Bei Digi-Wissenschaft gibt es gar nicht. Also hier so ein Autoritätsargument zu stricken, nur weil die Mehrheit der Wissenschaftler irgendetwas sagt, das ist verrückt. Zumal sich aus deskriptiven Aussagen nicht unbedingt normative ableiten lassen. Nur weil es irgendwelche Prognosen über die Ausbreitung des Virus gibt, heißt das noch nicht, dass man so oder so handeln muss. Also es sterben auch jeden Winter Zehntausende durch die Grippe. Vergreifen wir da irgendwelche Maßnahmen? Da gab es immer wieder Situationen, in welchen Wissenschaftler eine Mehrheit an Wissenschaftlern etwas gesagt haben. Letztendlich hat es sich als falsch herausgestellt und einzelne Quirulanten haben sich im Nachhinein als diejenigen bewahrheitet, die damals schon das Richtige gesagt haben. Wir sehen es aber auch im Ukraine-Krieg. Auch im Ukraine-Krieg, da gab es ein mediales Dauerfeuer gegen die Leute, die für Frieden sich eingesetzt haben. Für die Leute, die gesagt haben, dieses Narrativ, wir müssen Waffen, Waffen, Waffen und noch mehr Waffen liefern, dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland, der funktioniert irgendwie. Die Leute, die diese Narrative hinterfragt haben, die wurden ja auch direkt wieder in eine Ecke gestellt. Und zwar in dem Fall in eine rechte Ecke, weil das gut funktioniert, denn rechts will ja keiner sein. So kann man spalten, so kann man dafür sorgen, dass die Leute gar nicht erst zu solchen Protesten hingehen, weil sie natürlich die Sorge haben, oh, was sagt vielleicht... Ja, absolut. Im Chat schreibt es gerade einer, KSC-Fan, nur noch BSW. Ja, das BSW wird gerade auch so geframed. Die Gelbwesten-Proteste in Frankreich wurden auch als rechts geframed. Also überall, wo man das so nutzen kann, macht man das dann auch. Das ist mein näheres Umfeld dazu. Und genau das, genau das hat man nun auch bei diesen Bauern-Protesten versucht. Und nicht nur etwa die SPD, die Grünen, die FDP und die CDU, die ja sowieso Establishment-Parteien sind. Nein, Die Linke hat da tatsächlich auch einfach mitgemacht. Die Linke, die will ja mittlerweile einfach ein Teil des Establishments sein. Sie will das. Der Landesverband Schleswig-Holstein hat Folgendes auf Twitter gepostet. Ja, und heute, da wirkt das Ganze ziemlich lächerlich. Heute wirkt das Ganze so lächerlich und man sieht, dass man hier einfach nur wieder mal moralisch aus dem Effekt heraus agiert hat und sich nicht einmal ein bisschen hingesetzt hat und strategisch geplant hat. Und deswegen geht die Linke auch zu Recht unter. Deswegen brauchen wir diese Partei nicht. Es braucht nicht noch eine Establishment-Partei. Und das ist doch interessant. Man empört sich hier, man empört sich dort, einfach nur, weil es vielleicht gerade opportun erscheint. Und das ist nicht das Verständnis von Politik, welches mein Verständnis von Politik ist. Und deswegen war ich tatsächlich auch eher ruhig. Und viele andere Leute, die schlau genug sind, die waren ruhig. Denn das ist klar, dass man damit einfach nur den Protest delegitimieren wollte. Es hat aber nicht geklappt. Die Leute sind auf die Straße gegangen. Ich selber war Montag bei einem Bauernprotest dabei. Ich habe mit vielen verschiedenen Leuten geredet. Und nein, da sind nicht... Ja, wahrscheinlich alles ganz, ganz, ganz böse Rechte, wenn wir der Medienberichterstattung glauben können. ...irgendwie überall Rechte rumgelaufen. Das waren ganz normale Leute. Das waren Landwirte. Reichsbürger, wenn wir Bono Rabelo glauben schenken dürfen. ... die sich einfach Sorgen machen. Das waren aber auch kleine Selbstständige. Das waren auch ganz normale Bürger, die Beschäftigte, normale Beschäftigte sind. Das hat nichts mit irgendeinem rechten Mob oder so zu tun gehabt. Ich habe, wie gesagt, mit ganz vielen Leuten geredet. Und da waren Forderungen wie, höhere Löhne dabei. Da waren Forderungen wie, gebt Geld in unsere Infrastruktur rein dabei. Da waren aber auch Aussagen und Forderungen wie, ihr habt Geld für alles. Ihr habt Geld für den Ukraine-Krieg. Ihr habt Geld, um in der ganzen Welt irgendwelche Projekte zu finanzieren. Aber ihr habt angeblich kein Geld, um unser Gesundheitswesen, um unser Schulwesen und unser Gemeinwesen auszufinanzieren. Und das waren auch Forderungen, die dort gebracht wurden, dafür das Geld verfügbar zu machen. Und Entschuldigung, wo haben gute Schulen, wo hat eine gute gesundheitliche Versorgung etwas mit Rechtsextremismus zu tun? Also ich weiß das nicht. Aber was sagt ihr dazu? Ja, was sagen wir dazu? Die Mainstream-Medien kriegen alles als rechtsgeframt, wenn sie das wollen. Gutes Video. Wir sehen uns mal wieder von Marlon. Schaut bei dem Kanal gerne vorbei. Ich zeige euch hier nochmal. Ist auch wieder am YouTube-Titel verlinkt. Also ihr findet da schon hin. Ihr findet da schon hin. Wir können nur hoffen, dass die Bauernproteste Erfolg haben, dass die Regierung, die ja schon ein bisschen eingeknickt ist, dass sie auch noch beim Rest den Forderungen der Bauern nachgebt. Und ja, dieser Steuererhöhungsirrsinn zumindest an dieser Stelle gestoppt wird. Ich meine, wenn die Verbraucher schon nicht auf die Straße gehen, weil ihre Steuern auf Gas und Fernwärme und auf die Gastro erhöht werden, dann gehen wenigstens die Landwirte jetzt wegen ihrer Steuererhöhung auf die Straße. Also wenigstens eine Gruppe, die sich mal wehrt. Und man sieht, es hat Erfolg. Die Mainstream-Medien versuchen das in die rechte Ecke zu rücken. Es funktioniert zum Glück nicht. Naja, ist eine gute Entwicklung, die wir da gerade sehen.